Raphael Depardua vom IKSV Münster. Ihr wart heute sehr nah dran geführt gegen Gelma und auch gegen Eintracht, lange offen gehalten eigentlich. Woran hat es gelegen? Ärgerlich, also in einen Satz kann ich das gar nicht formulieren, aber ich denke mal, weil wir eine ziemlich neue Mannschaft sind, der Kader, also neu zusammen gewürfelt. Wir haben uns viel vorgenommen, wir wollten Spaß haben, natürlich gehört dazu auch den einen oder anderen Sieg. Leider hat es noch nicht gereicht, aber vielleicht können wir uns ehrenvoll verabschieden hier von allen. Ja genau, was habt ihr euch denn vorgenommen für das letzte Spiel? Ihr könntet ja mit entscheidend sogar nochmal sein für die Platzierung. Ja, wir wollen wenigstens einen Punkt holen, also zeigen, dass wir zurecht dabei sind und auch Fußball spielen können, wie man das wahrscheinlich gesehen hat. Ja, danke. Gerne.